Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach Ticket und heute habe ich das Spiel Wiking of Empires. Ich werde es mal starten. Vollbild einschalten und jetzt warten. Ich glaube ich habe das schon mal gespielt eigentlich aber der sagt mir dass ich das noch nicht gespielt habe. Hat aber lang gedauert. Mein Rechner ist seit ein paar Tagen etwas langsam geworden. Ich glaube ich weiß auch warum. Meine Burg Level 30. Überspringen. War ich Level 30? Also ich meine ich habe das schon gespielt. Ich weiß es nicht. Habe ich da schon gespielt? Das kommt mir so ziemlich bekannt vor, aber die meisten Spiele sind ja immer so aufgebaut. Deswegen weiß ich jetzt nicht ob es auch wirklich das Spiel ist, wo ich denke dass ich das schon gespielt habe. Naja egal. Auf jeden Fall. Ich fange mal an hiermit. Ähm. Dann muss ich wahrscheinlich irgendwie nicht per E-Mail da richtig registrieren lassen. Damit ich immer wieder das gleiche habe. Weil wenn ich jedes Mal wieder von neu empfange. Na okay. Das war die Werbung. Ich wollte gerade sagen wenn ich jedes Mal wieder von neu empfange. Das ist auch ein bisschen doof. Dann kommt man hier auch nicht vorwärts. Dann kommt man hier auch nicht vorwärts. Und nochmal. Nein warte. Holz. Holz mache ich woanders hin. Holz mache ich. Wo sind viele Wälder. Machen wir hier oben Holz hin oder? Ne da kommt Steinbruch bestimmt hin. Holz. Und was soll da hin? Noch mehr Holz da hin? Wir machen Holz nach unten hin. Ich möchte es ja ein bisschen aufgeräumter haben. Und jetzt so. Habt ihr den Klager? Kein Problem. Machen wir. Und was jetzt so. Und was jetzt so. Westliche Symmulation. Westliche Symmulation. Ich nehme Westlich. Ich nehme eigentlich immer sehr gerne Westlich. Aber lustig mal jetzt in Westlich. Sicher das Spiel habe ich schon gespielt. Das Spiel habe ich schon gespielt mit der Kutsche hier immer. Mein alter Account weg. Ich werde die ganze Zeit dann überlegen ob ich das schon gespielt habe oder nicht. Aber das habe ich schon gespielt. Nachher kommen noch hier so Barbaren reingerannt. Hier so durch die Tür und dann laufen sie hier immer rum und dann musst du drauf drücken, dass die verschwinden. Achja. Da läuft hier noch so ein alter Mann immer rum. Da kannst du so eine Frage beantworten. Da ist ein alter Mann. Okay es geht noch nicht mit der Frage. Kann sein dass es erst später kommt. Oder wurde vielleicht mein Account gelöscht, weil ich schon so lange nicht mehr einsteig war bei den Spielen. Das kann ja auch sein. Das machen ja auch manche Spiele. Die löschen dann inaktive Spieler, die schon längere Zeit nicht online waren. Ich habe mir einen Platz auf dem Server zu schaffen. Armeelager. Der Armeelager kommt hier unten hin. Ich habe einfach mal auf den Büro rausgemacht. Jetzt hat das Spiel überhaupt schon lange nicht mehr gespielt, bestimmt über 3 Monate, 10 Monate. Jetzt am Anfang geht es natürlich richtig fix. Bis zu 5 Minuten ist alles umsonst. Sogar bis 10 Minuten? Ich glaube das sind nur 5 Minuten. Bis 5 Minuten war es umsonst. Angriff. Schnell raus. Angriff. Jetzt meine Wurst. Meine Wurst. Level 3. Die erste Tötung. Aber ich wollte die doch nicht töten. Ich wollte mit denen noch verhandeln. So ne Schwungerade. Ich habe Leute gebeten. Ach hier das sind diese, wo ich sagte, dass du die immer so anklicken musst. Ich glaube 2 mal war das noch. Oder öfters. Dann weiß ich nicht mehr so genau. Aber daran kann ich mich noch erinnern. Jetzt muss ich die ganzen Leute suchen. Sind die schön. Da ist da einer. Ah hier ist der alte Mann. Da kannst du so eine Frage beantworten. archive einen Punkt. Wie funktioniert das für das? Wie funktioniert das? Jetzt ist es das ein Ding. Bis zum nächsten Mal. Ich bin hier. Ein Ding. Ich bin hier. Klorn! Heilen. Heilen. Fertig. Abruhung. Heute ist der 27st oder? Ja. Ah, das sind schon wieder diese Leute. Die Unbuchstifter. Die Unbuchstifter. Friedhof. Jo. Vielleicht kann ich das wieder springen. Springen. Nein, das kann man ja nicht wahrscheinlich. Jetzt gibt es der Platz bei. So. Und. Da war noch ein böser Mann und da ist noch einer, und da ist noch einer. Wo kommen die nur her? Vermehren die sich hier bei mir in der Burg? Okay. Der verschlechert. Die Däuer, die Däuer ist einviel, aber da sind einige Controller. Die Däuer ist einviel, das andere, die Däuer ist einviel. Einviel hat einvielfiel, der nur einige Däuer ist einvielfiel. Der Däuer wird noch einvielfielfielfielfielfielfielfiel. Das war das Labyrinth. Okay, dann gehen wir da mal rein. Labyrinth, komm, reintreten, zack. Marsch. Marsch. Ach so, jetzt war das. Weiter erkunden. Wir wollen bis zum Boss. Weiter erkunden. Weiter erkunden. Weiter erkunden. Weiter erkunden. Wir müssen doch nicht immer alle 12% stehen bleiben. Geht doch gleich durch bis zu 100%. Oder 12,5% wahrscheinlich. EJ! 2 3 2 2 3 4 Quart Da war ich schon, da darf ich nicht mehr. Na gut. Bis Level 20 geht das, wenn ich zu viel Geld habe. Da war ich schon. Da war ich schon. Da war ich schon. Da ist noch einer, da ist noch einer. Da muss springen. Fertig, nächstes Upgraden, bauen, fertig, nächstes Upgraden, bauen, fertig, nächstes Upgraden, ach ne, das war gleich, warte, mach nochmal, nächstes, bauen, sag ich jetzt. Okay, wenn ich das nächste Mal warten muss, ich nehm, das wird bestimmt beim Krankenhaus. Na, das machen wir hier unten. Das ist wirklich auf die Steine. Ich bin jetzt auf der Steine. Ich bin jetzt auf der Steine. Ich bin jetzt auf der Steine. Da läuft wieder so ein Typ rum. Ich wollte eigentlich, dass die Dänen es hier noch. Da ist nochmal ein weiter Ausbau. Trainieren. Trainieren. Das habe ich hier nochmal. Das habe ich hier nochmal. Ich bin jetzt auf der Steine. Ich bin jetzt auf der Steine. Ich bin jetzt auf der Steine. Wir sind jetzt auf probablysten Moniz Emmy, den richtigen Punkt nachdem. Hallo, ich bin jetzt auf der Steine. Level 5 Okay Super Das ist doch Kolumbus Okay Der ist nicht aktiv, der ist am bauen Die sind alle am trainieren Fallen werden gebaut Nichts zu heilen Keine Forschung können Dann haben wir jetzt das Lager hier Das ist klar Auf 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 Ciao, ciao.